Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Ja und heute reagieren wir auf ich, also Wunsch von euch, heute reagieren wir auf ich heiße Marvin, der betrunkene Toast. Schön, dass endlich mal ein Video zum Toast kommt, weil da habe ich in meiner Nähe endlich mal jemanden mit demselben IQ wie ich. War nicht schlecht. Das hat er nie gemacht, der hat jetzt nicht den Krampenburger gegessen. Der hat jetzt nicht den Dubstep Krampenburger gegessen. Ey, wenn ich so einen Burger hätte, der ganz schnell auch mal... Ich weiß, das passiert jeden Tag, aber ich werde euch mal vor, ihr seid so zu Hause. Auf einmal bewegt sich so euer Burger und macht irgendwelche Musik oder so. Das wäre halt so weird, ne? Das bei mir ist es ja normal, ne? Also, aber auch bei so normalen Menschen, die nicht hier komplett kaputt sind im Kopf, die würden ja erstmal denken, Alter, was habe ich heute gegessen? Oder steht euch mal vor, ihr kommt so Marienkeh, aber ich halte Marvin. Das ist ja so geil. Das Toast dahinter mit einem Bier. Ah, Schöne. Ich heiße Marvin. Rote Dirty Wine, aha. Achso. Habt ihr mal... Das Bild auf dem... Das ist natürlich... Also, der Finger hier, ne? Und das da. Das andere Teil ist, ähm... Ach, ich... Lass es von euren Eltern erklären. Ja, das ist halt so weird, ne? Ob ich das auch kann? Ich kann euch einen Tipp geben. Ähm, wenn ihr, ähm... Das hilft ganz gut. Wenn ihr was getrunken habt, solltet ihr rote Beete trinken. Ne? Oder wenn ihr vorhabt, was zu trinken, bis zum Kotzen, solltet ihr rote Beete trinken. Der Grund... Weil die Kotze dann geil aussieht, ne? Die wird dann so leicht lila. Das war's. Der andere Grund hat das halt nicht. Das war's halt, ne? Also, wenn ihr auf was anderes gewartet habt, das war's. Also, mehr kommt halt nicht. Ja, ähm... Ich weiß nicht, ähm... Ja, was wollte ich jetzt sagen? Achso, äh... Danke für den Vorschlag. Sorry, ich bin heute wieder gut gelaunt. Heute war Arbeit wieder extrem angenehm. Und, ähm... Ist halt, ne? Man kann auch mal gut gelaunt sein. Und vor allen Dingen, heute ist Mittwoch. Und das ist der erste Tag, den ich arbeiten war. Bis Freitag, dann habe ich wieder, äh... Wochenende. Also, besser geht's gar nicht. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss. Tschüss.